Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünschte ich. In den epischen Herausforderungen der siebten Woche Fortnite Chapter 2 Season 7 müssen wir den Space Scanner benutzen, um feindliche Spieler zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass da vorne ein Gegner ist, denn da steht ein Ferrari. Ich müsste jetzt ja nicht scannen, ich weiß ja, dass da ein Gegner ist, aber ich möchte jetzt hier diese Scan-Herausforderung erledigt haben. So, damit wäre der Auftrag mit dem Space Scanner erledigt. Danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge, macht's gut.